In der Ferreteria der Kooperative Neuland halten wir ein umfangreiches Angebot für Sie bereit. Ob Landwirtschaftsmaschinen, Autos oder Motorräder, Ersatzteile, Maschinen und Werkzeuge, Kabel, Stecker, Schalter, Pumpen, Pinsel, Farben, Lampen, Lichter, alle... Aber überzeugen Sie sich selbst, indem Sie uns besuchen. Sie finden uns auf der Hauptstraße Primero de Febrero in Neuhalbstadt, Neuland. Untertitelung des ZDF, 2020